Hey Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Skylboss und heute ist es mir komplett egal, heute nehme ich alle Runden auch, wenn ich sterbe oder nicht. Deswegen gehen wir ins Mal in, äh, würde ich mal sagen, 8x1, äh, machen wir aber irgendwie x1, hauptsache es ist irgendwie x1, dann nehmen wir aber mal Castle und hoffen auf unser Bestes. Also Leute, heute soll es darum gehen, dass weniger Videos kommen. Ähm, ich bin nämlich gerade an einem Projekt und ihr könnt mir gerne sagen, ob ihr sowas wollt, denn es ist so eine Minecraft-Sache auch so ein bisschen ein Roleplay. Es ist eigentlich komplett gescriptet. Ich habe auch hier das Skript gerade vor mir liegen, aber das lese ich nicht vor. Das Skript habe ich in ein paar Tagen geschrieben, äh, circa, ich glaube, 5 Tage habe ich gebraucht, bis ich da einiges Gutes hat. Und ich bin gerade am drehen. Ich habe schon die ersten Sequenzen jetzt aufgenommen, aber ich habe mir überlegt, ich frage mich trotzdem mal, was wollt ihr? Aktive Videos, die wieder viel aufwendiger geschnitten sind, als sie es jetzt sein werden fürs Erste. Fürs Erste? Holbe merkt, fürs Erste. Oder, äh, ob ihr unbedingt das Projekt wollt. Also ich bin ja immer für Projekte, ich bin da eigentlich immer ganz offen. Auch bei anderen YouTubern, die ich schaue, da bin ich immer ganz offen für deren Projekte. Und wir haben den sogar noch geklatscht, Alter. Alter, was geil. Der Dänus-Maurer-Kid, ja Leute, ey. Ich würde sagen, wir bauen einfach noch was abrunden. Und dann haben wir Instance, der Diabrust. Aber wir können den nicht abbauen. Gut, dann würde ich sagen, wir machen das einfach den Crafting Quable. Und schauen dann mal weiter hier an. Ja, okay, dann machen wir es halt ein. Gut, so jetzt. Hier so. Ich bin auch so dumm. Die Diabrust hätte ich nicht mal gebraucht, Leute. Aber, dann ist auch egal. Gehen wir einfach weiter jetzt. Gut, dann haben wir das dann auch so. Und dann nochmal hier so. Äh, was tue ich hier? Können wir es mal einer sagen? So. Und, nein. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Also. Das Skript ist jetzt schon, das steht schon, aber ich hatte sogar eine gleich gute. Sehr fresh. Das Skript steht schon, aber ich will euch, wie gesagt, trotzdem nochmal fragen. Ähm, denn ich will eine ganz sichere Entscheidung, ob ihr diesen Kurzfilm sehen wollt oder ob ihr ihn nicht sehen wollt. Es wäre nicht direkt ein Kurzfilm, es soll ein richtiges Movie werden. Also, es ist wirklich richtig heftig aufwendig gestaltet. Und deswegen will ich da erstmal eure Kommentare abwarten, bis ich da jetzt noch für das erste aufwendige Szenen drehe. Ja, bitte schreibt es mir schnell, zum Beispiel jetzt, stoppt kurz das Video und schreibt es jetzt in die Kommentare. Denn ich will die wirklich schnell, denn sonst drehe ich vielleicht eine aufwendige Szene und dann war die komplett umsonst, weil ihr den Film eh nicht sehen wollt. Und einfach nur PvP wollt. Ich weiß ja nicht, was meine Community mehr will. Da habe ich ja noch nie eine Abstimmung irgendwie irgendwo gemacht. Aber, naja, das muss ich schon rausstellen, wenn ihr es mir einfach schreibt. Und ich bin halt schon dafür, mal so Abwechslung zu bringen und deswegen mache ich das Ganze auch. Ich habe mir jetzt extra nochmal auch so einen, ja, so einen Crack-Account beschafft. Und da kann man nämlich was im Launcher umcoden und dann hat man noch einen zweiten Pre-Account, der für LAN-Server geht. Und da nehme ich das Ganze auf. Aber das Projekt wird vielleicht bald noch von anderen YouTubern mitgefördert, die teilweise auch schon viel mehr Abonnenten haben, wie ich. Manche haben sich da überlegt, wenn das Projekt dann auch so in ihre Richtung geht, was sie auch sehen wollen, was ihnen auch gefallen würde, dann würden sie mir da helfen zu drehen. Und diese YouTuber haben ja teilweise schon über 1000 Abonnenten. Und, ja, das soll zwar nichts mit dem zu tun haben, wie gut sie eigentlich im Schauspielen und Skripts auswendig lernen sind, aber einige davon haben schon ein bisschen was drauf. Gut, und das zudem gesagt. Also, nicht mehr zu den Personen bis erst. Ich will auch noch das alles geheim halten, bis wirklich der Trailer kommt. Ich stehe, wie gesagt, noch komplett am Anfang, am kompletten Anfang. Du hast dir vor, ihr fangt ein Referat für die Schule an. Dann gibt es ja auch noch einen Anfang für euch. Und bei dem stehe ich gerade. Und, ich will den hier kriegen. Werden wir aber nicht, denke ich mal. Ne, safe nicht. Ne. Doch, haben wir. Jetzt brauche ich ihnsten einmal hier. Und nochmal. Oh, der ist weg. Und der hat sogar Stärke. Alles klar, deswegen hat er so viel gezogen. Alles klar, Alter. Hatte der guten Stuff. Okay, also, wie gesagt. Ihr entscheidet, was ihr wollt. Und ich folge dann mal ganz strakt dem, was ihr halt dann sehen wollt. Das ist alles entscheidend. Ne, die brauchst du nicht. Richtig bad. Das ist richtig bad. Aber, mal schauen. Ich könnte hier... Ne, erstmal das hier. Erstmal im Fall brauchen wir das andere. Machen wir uns mal auf den Weg zu unserem Gegner. Mal schauen, ob wir ihn irgendwann treffen. Wir sind nicht mehr in einem Plan. Gut. So muss das. Okay. Und ja. Wie gesagt, wenn ihr das Wort schreibt, das sage ich jetzt so 5000. Mal. Aber ich werde es dann unbedingt hören. Ich will... Ich will wissen, ob ich da meinen Traum und... Und ca. 10 Stunden für das Skript da rein investieren soll. Ich scripte ja auch, was ich gewusst habe. Denn manche Leute denken ja, klar, eure YouTuber, die stecken nicht so viel Aufwand in ihre Videos. Aber ihr seht es wahrscheinlich auch an meinem Schnittstil, dass ich da wirklich viele Stunden in einem Video stecke. Und ich scripte auch manche Videos. Ich scripte sogar sehr viele Videos. Wenn halt jemand dabei ist, dann kann man nicht richtig scripten. Aber bei so einem Film sehe ich darin halt mal die Chance. Jemand anderes mal das tun zu lassen, was ich will. Naja, nee. Also halt die, die dabei sind, die dürfen auch mitentscheiden, ob sie diese Rolle überhaupt wollen. Oder ob die Rolle umgeändert werden soll. Und dann finden wir schon was. Und ja. Ich weiß ja noch nicht, was ihr da so wollt. Und das sind wir. Da ist der andere Spieler. Der ist da vorne. Der Pone ist er. Gut. Dann bauen wir uns einfach mal ihm entgegen. Und hoffen wir mal, dass er nicht irgendwie A hat. Aber ich denke, er hat safe A. Und wird uns gleich runterwerfen. Ich würde sagen, wir gehen noch ein bisschen weiter nach oben. Und jetzt können wir aufs Beste hoffen. So. Ich wette, der hat Aja, Leute. Ich wette mit euch. Ja. Also hiermit wäre das dann auch so gesagt. Und die Videos, die ich scripte, die sind wirklich dann... Da überlege ich mir dann auch meistens was. Ich wusste, ich wusste. Wie er sogar dann noch weiterwirft. Obwohl er eh schon weiß, dass er verkackt hat. Mann. Das ist richtig traurig. Das ist richtig traurig einfach. Ich will heute auch nicht so groß, aufwendig viel rauscutten. Denn... Ja, wenn ihr es wollt, dann... Wenn ihr den Film wollt, dann seid ihr eh aufs Cutten und auf die Nachbehaltung. Die Bearbeitung ist sicher schon gespannt. Denn die wird auch... Oh, ist das slow. Ich schreibe immer nichts dazu. Ich würde sagen, wir gehen einfach in die nächste Runde gleich. Geben wir ihnen schön noch den Kill und leften nicht vorher. Und jetzt gehen wir in die nächste Runde ins Team. Willi, Terry, 16x1 geht doch. Wir haben auch bald Enderman. Das war halt nicht mehr lang. Ein bisschen. Gut. Also das Drehen-Team, wie gesagt. Ich würde mich natürlich auch über Leute freuen, die sich selbst gerne dafür bewerben würden. Dann würde das nämlich auch beim offenen Server kommen, das Projekt. Und dann, äh... Ich brauche sowieso noch Leute, die sich mit dem Pixelcam-Kamera-Studio-Mod auskennen. Äh... Ja. Ich kenne mich da jetzt zwar auch schon aus, wie ich da mit meinem zweiten Account jetzt... Die Crack-Account, so mich selbst filmen kann in der Ladenwollt. Aber... Mehr... Mehr reißt dann auch aus. Ich brauche halt richtige Winkel, die einfach richtig gut sind. Da gibt es ja Leute, die haben Erfahrung. Oder überhaupt Leute, denn wenn es... Auf den Server kommt, dann kann man immer Leute brauchen, die auch die Kamera machen. Ja. Man kann immer eine Kamera brauchen. Und ich weiß ganz genau, dass hier keine Küste ist. Aber ich laufe immer wieder aufs Neue hoch. Mann, das ist einfach so ein Hirnfehler bei mir. Ja, ich habe viele Hirnfehler. Aber es ist... Mal wieder so ein Hirnfehler. Und das labere ich hier dann auch. Komm her. Komm zu Papa. Ja, gut. Also, dann haben wir hier noch ein bisschen akzeptablen Stuff. Gut. Geht doch. Versuchen wir uns einfach mal irgendwas zu bestreiten hier jetzt in der Runde. Ich glaube nicht, dass uns das gelingen wird. Ich würde es einfach mal so machen. Das ist einfach so. Dann... Jetzt können wir jetzt wieder hierher. Und jetzt gehen wir auf den ersten Gegner gleich drauf, der gleich zu mir kommen will. Nicht? Was ist das für ein korrekter Typ? Der kommt nicht mal zu mir. Der denkt sich wohl auch nur so. Nee, nicht der Suppe. Okay. Also wie gesagt... Ähm... Alle... Also Skript darf eigentlich jeder lesen, der mitmachen will. Ihr solltet... Das natürlich nicht nur machen, um zu erfahren, was vorkommt. Ähm... Deswegen... Damit ihr... Deswegen halt das Skript lesen dürft. Damit ihr erfahrt, dass was vorgeht so. Und damit ihr dann... Damit ihr dann sagt später... Ja, ich... Ich hab doch keinen Bock mehr. Es ist nicht so meins. Und dann einfach nicht mehr mitmachen. Und... Was? Okay. Der hatte sicher höchstens sein Herz. Okay. Nochmal. Karsten. Komm. Okay. Okay. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Sonst seid ihr auch komplett gespoilert. Wollt ihr es wirklich gespoilert sein? Naja. Also ich würde es ja nicht mögen, gespoilert zu werden. Ne, zwei Enderperlen. Alter, was geht hier in den Runden ab? Das hier ist ankert. Das ist, you know. Seht ihr, oder? Deswegen... Schon wirklich ne frische Runde gerade. Das ist einfach so ankert, äh... Wisch. Zwei Enderpoles. Schon ziemlich gut. Und jetzt würde ich mal sagen, wir gehen... Zudem gehen, wie wir gehen, wie wir da... Und bis dahin erzähle ich wieder weiter. Denn die Story ist eigentlich meiner Meinung nach ein bisschen interessant, eigentlich, wie ich da drauf gekommen bin. Denn ich habe da so ein Video gesehen, so eine Timelapse von Skyblock. Das waren 40 Stunden, wo jemand rein investiert hat. Ich habe auch schon in meinem Projekt jetzt fünf... Ne, wie viel waren es? Aber fünf Stunden reicht nicht, äh... Zirka sieben Stunden oder sowas in das Skript. Weil ich will wirklich ein geiles Skript. Und über die Hälfte ist halt schon fertig, so ziemlich. Ja, zumindest der Anfang ist gut, äh... Fertig jetzt, so kann man es nennen. Das deckt sich jetzt nicht einfach ganz hoch. Ja, wie er von hinten auf mich drauf geht und sich jetzt fühlt. Und der andere staubt ab, oder? Leute, es war so klar, dass es so ein Lower Beep ist. So ein Kack-Beep, Alter. Und ja, gut. Dann würde ich sagen, war es das auch schon von der Folge. Ich rede schon wieder elf Minuten, siebenunddreißig. Dann kommt auch Intro und alles mögliche. Und ja, das war es dann von der Folge. Wirklich, ich würde mich so über eure Antwort freuen. Bitte schaltet jetzt einfach das Video gleich weg. Und nicht wegschalten, aber schreibt das in die Kommentare. Stoppt das Video entweder jetzt, oder wenn es vorher schon getan hat. Und schreibt was. Denn das Projekt, naja, will ich bewerben, weil, wie gesagt, kann jeder gern machen. Äh, wenn man die Kamera sein möchte, dann braucht man ein Kamerastudio-Mod. Und Forge 1.8.9 und hat die Kamerastudio-Mod für 1.8.9. Und hat dann noch die Server-IP, die ich dann vergebe. Und halt ein Aufnahmprogramm. Und zwar in guter Qualität muss man aufnehmen können, wenn man die Kamera macht. Denn die Kameraaufnahmen sind dann die Aufnahmen, die drankommen. Gut. Wenn wir für die Kamera keinen finden, dann macht ich das wieder. Denn jetzt kenne ich mich auch ein bisschen aus mit der Pixel-Cam-Mods. Okay, Leute. Ich will mich selber ein Like und ein Abo freuen auf dieses Video. Vor allem, dass es Uncut war. Es war sehr schwer für mich, ein Uncut-Video aufzunehmen. Das war immer... Das war die Hölle. Leute, das war einfach die Hölle für mich. Das ist jetzt schon, weil ich weiß, dass es nicht so gut ist wie die anderen Videos. Aber es muss sein. Also, tschüss. 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 Bis zum nächsten Mal.